Willkommen zu unserem Truck. Natürlich macht sich jetzt die Tür zu. Hier ist der Eingang, ein paar steile Stufen nach oben. Als erstes hier nach links ist die Küche, mit dem Kocher und Waschbecken und alle möglichen Schubladen. Hier ist die Mikrowelle hinter der Australienkarte, unser großer Fritsch, Kühlschrank. Dann hier ist unsere Sitzecke, wo wir essen. Den Tisch kann man ganz rausziehen. Und dann unser Bett hier hinten und die ganzen Locker für unsere Klamotten und so weiter. Er ist gerade unter der Bettdecke. Ihr seht ihn nicht. Hier ist ein Kratzbaum. Hier ist sein Futter. Hier geht es durch in die Fahrerkabine. Ein bisschen unordentlich, leider. Und hier ist unser Badezimmer. Also die Dusche ist auch der Wasserhahn. Thomas Littertray ist da. Toilette, alles. Spiegel sogar. Alles da.